Deine Wut kann dein Leben zerstören oder dich richtig weiterbringen. Es kommt darauf an, wie du mit ihr umgehst. Darum soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon. Ich bin klinischer Psychologe und ich helfe Menschen, sich zu entwickeln. Typischerweise, indem ich ihnen helfe, sich von ihren Kindheits- und Jugendprägungen zu lösen. Denn diese sorgen in der Regel dafür, dass wir wiederkehrende Probleme im Erwachsenenalter haben. Und wie du vielleicht siehst, heute mal aus dem Urlaub. Auch die vorigen Videos, da sind schon einige aus dem Urlaub gewesen. Und auch jetzt wieder, ihr seht diesen wunderschönen Ausblick. Ich fühle mich hier mega wohl. Bitte verzeiht es mir, wenn hier so ein bisschen Hintergrundgeräusche sind. Ich bin nun mal draußen. Meine Kinder rennen da rum. Hinten wird auch manchmal gemäht und was nicht alles. Aber solange ihr mich gut versteht, ist, glaube ich, schon alles in Ordnung. Es soll in diesem Video um das Thema Wut gehen. Und wie bin ich da drauf gekommen? Das ist kein Zufall. Ich war gestern wütend. Ich war sauer. Ich war verärgert. Einfach nur vielleicht so, weil es interessant ist. Wir kaufen gerade oder wir sind gerade im Ankauf von zwei Immobilien. Ein Eigenheim, also eine selbstgenutzte Immobilie und eine Kapitalanlage. Und ich wollte für diese beiden Wohnungen eine Finanzierung, beziehungsweise jeweils eine Finanzierung besorgen. Und habe mit Banken gesprochen und habe jetzt gestern das erste Rückangebot der Bank, ein unverbindliches Angebot, bekommen. Und ich fand die Kondition, die mir da angeboten wurden, richtig, auf Deutsch gesagt, beschissen. Zumindest auf den ersten Blick. Und das hat mich sauer gemacht. Und da, aber in diesem Prozess, also was hat das mit mir gemacht? Ich war sauer und habe mich dann entschieden, ich nutze diese Wut, diese Energie. Ich gehe jetzt erst mal trainieren. Ich habe Krafttraining gemacht. Und wenn ich ehrlich bin, in diesen Momenten, wo ich dann sauer bin und das transformiere in etwas, zum Beispiel in Training, da fühle ich mich richtig gut. Auch währenddessen, während ich noch sauer war, habe ich mich gar nicht unbedingt schlecht gefühlt. Und das hat mich zu dem Gedanken des heutigen Videos gebracht. Und zwar bin ich ja nicht der Einzige, der sich wütend fühlt, der sauer ist, der verärgert ist. Und das vielleicht auch immer wieder. Aber du musst dir vorstellen, also ich möchte dir quasi eine Metapher in diesem Video mitgeben. Wut und Ärger ist eine Energie, eine Kraft, die extrem viel Zerstörung bringen kann. Also jetzt mal, wenn man mal die Klischee-Bilder aus den Filmen kennt, von Paaren, die sich streiten, dann wird halt der Teller geworfen oder in die Wand gehauen und so weiter. Also Wut kann zerstören. Aber mit Wut, zum Beispiel, jemand hat nicht an dich geglaubt und du sagst dir, ich will das jetzt nicht sagen, weil ich weiß, was du mit meinen YouTube-Bilders machst, aber ne, hmm, F you, und jetzt erst recht, ich zeig's dir. Dann basiert das auch auf Wut oder auf Ärger. Aber du kanalisierst das dazu, dann einen Berg zu erklimmen. Das kann, also Wut kann ein Antrieb für dich sein, Hürden zu überspringen. Weil wir das gestern auch in der Sprechstunde hatten, wollte ich darauf nochmal näher eingehen. Ganz häufig ist es so, dass Menschen, die konfliktscheu sind, sich nicht trauen, ihre Bedürfnisse auszudrücken oder Dinge zu sagen oder Grenzen zu setzen. Das heißt, die wollen irgendwas nicht oder die wollen irgendwas anders, trauen sich das nicht zu sagen. Und was passiert typischerweise? Diese Personen hegen irgendwann einen Gräuel und sind innerlich wütend. Das kann doch nicht wahr sein und keiner achtet auf mich und so weiter und so fort. Und sie tun aber lange nichts, bis die Wut irgendwann so groß wird, dass sie platzen und endlich mal mit der Wahrheit quasi hinterm Vorhang vorkommen und sagen, ich finde das nicht in Ordnung, das geht mir auf den Sack. Was ist das Problem? Typischerweise ist das dann viel zu übertrieben. Manchmal auch in der Situation, wo diese starke emotionale Reaktion gar nicht angemessen ist. Aber was ist der Mechanismus dahinter? Die Person, sobald dann genügend Wut da ist, hat sie genug Mut mit M. Mut traut sich dann endlich für sich einzustehen. Also Wut kann eine positive Wirkung haben und sie entsteht in der Regel dann, wenn wir uns hilflos fühlen. Wann werden wir typischerweise sauer? Wenn wir irgendwas probieren und es klappt einfach immer und immer wieder nicht. Wenn uns jemand irgendwie, der sagt uns, ja mache ich und dann macht er es nicht. Was passiert? Wir sind wütend. Oder wir sind unter Umständen wütend oder sauer. Warum? Weil wir uns da im Gestich gelassen fühlen. Das macht uns in einer gewissen Form hilflos. Wir haben uns auf etwas verlassen. Es ist nicht passiert. Wir fühlen uns hilflos. Also jetzt mal, um einfach mal das Wort zu benutzen. Wir fühlen uns ja nicht immer gleich hilflos. Aber du verstehst, was ich meine. Also Wut hat typischerweise die Tendenz, dann anzugehen, wenn wir irgendwie was nicht hinkriegen oder uns hilflos fühlen oder machtlos. Dieses Video, das wird ein relativ kurzes Video. Du kannst noch ein bisschen den Ausblick genießen. Das soll dir dienen, oder sagen wir es mal anders. Ich möchte es mal ganz klar auf den Tisch legen. Die Menschen, die ihre Wut einfach nur nach außen platzen lassen und die ungelenkt in Zerstörungswut ausarten lassen, die werden nicht das erreichen im Leben, was sie wollen. Denn die werden typischerweise Probleme mit ihren Mitmenschen bekommen, Probleme mit Familie oder Partnern oder Freunden oder Kollegen oder Vorgesetzten oder Ähnlichen. Und die Menschen, die sich darüber bewusst werden, ah krass, das ist eine Energie, die kann ich kanalisieren, die kann ich nutzen, die werden typischerweise viel, viel mehr das erreichen, was sie wollen. Deswegen entscheide dich hier und jetzt, wenn ich mal wütend bin, anstatt zu vergelten, also Vergeltung zu üben, mich zu rächen, nutze ich etwas, um das zu kreieren. Es gibt so auch einen Satz, die beste Art der Vergeltung ist dein eigener Erfolg. Ja, also, wenn Leute dir etwas nicht gönnen oder dich sabotieren oder nicht an dich glauben, es bringt nichts, die jetzt irgendwie fertig zu machen oder was weiß ich, es ist vergebene Liebesmühen. Man sagt ja auch, keine Energie in Idiotie. Aber wenn du das, diese Enttäuschung, die Wut, die du dann spürst, nutzt, um dein eigenes Leben besser zu machen, hast du viel mehr gewonnen. Und ich möchte dir jetzt am Ende des Videos noch ein paar Metaphern geben, dass du auch das wirklich mit nach Hause nimmst, diesen Gedanken. Energie hat immer zwei Seiten, kann zerstören und kann dienen. Und ich kann dir das eigentlich bei jeder möglichen Art, wie wir Energie gewinnen, auch in unserem Alltag, als Beispiel quasi übersetzen. Wir wohnen jetzt gerade in einem Ferienhaus, das wird über einen Ofen, also über Holz beheizt. Und das Feuer tut uns gut, das wärmt uns, das kann uns dienen. Die gleiche Energie, also beziehungsweise der gleiche Energieträger, kann uns aber auch verletzen oder umbringen. Das gleiche mit Elektrizität. Es kann uns dienen, es kann unsere elektrischen Geräte betreiben oder laden. Ich meine, ohne Elektrizität würdest du dieses Video jetzt nicht sehen, aber wirst du vom Blitz getroffen oder fast in die Steckdose, mal vorausgesetzt, es gibt keinen FI-Schalter in deiner Wohnung, dann kann dich das stark verletzen oder umbringen. Wasser, Wasser kann uns, wenn wir von einem Fluss mitgerissen werden oder sonst irgendwas, kann uns das Leib und Leben kosten. Aber wenn wir die Energie, die durch die Bewegung von Wasser zum Beispiel aufkommt, wenn wir die nutzen, können wir auch wieder Strom erzeugen etc. Oder es auch einfach trinken. Also du verstehst, alles in unserem Leben kann verschiedene Seiten haben. Genauso wie jede Charaktereigenschaft in uns positive und negative Konsequenzen mit sich bringen kann. Vorteile und Nachteile. Genauso ist das mit unserer Wut. Und ich lege dir mit diesem Video ans Herz. Entscheide dich von nun an, wenn du wütend bist. Vergiss diesen ganzen Mist, was in Sachen, ich räche mich, ich vergelte etc. Nutz deine Wut zum Kreieren, zum Erschaffen. Nutz sie, um dich anzutreiben zu neuen Höhen. Wenn du dich erinnerst, ich habe vor kurzem ein Video gedreht, wo ich, wie war denn das? Da ist mir etwas passiert, was unschön war. Und da habe ich erklärt, wie man mit diesen Situationen umgehen könnte. In dieser Situation, als der Makler, das ging auch wieder um Immobilienkauf, als der Makler mich so ein bisschen hintergangen hat, da hätte ich auch vergelten können und sagen können, ich rufe den an, ich mache den zur Schnecke, ich zerstöre seinen Ruf in der ganzen Stadt etc. Bringt uns das weiter? Nein. Wir nutzen, wenn wir mal wütend sind, diese Energie, um uns voranzutreiben und nicht, um andere Dinge zu zerstören. Weil das ist einfach verschwendete Lebenszeit. Ich hoffe, dieses Video hat dir gedient, hat dir so ein bisschen einen Gedankenimpuls gegeben. Wenn ja, gerne Daumen hoch. Wenn du diesen Ausblick magst, dann freue dich drauf, es kommt noch mehr mit diesem Ausblick oder einem ähnlichen. Wenn du selber vielleicht einen Videowunsch hast oder in irgendeiner Form eine Frage, lass es mich wissen, schreib es in die Kommentare. Ich schreibe mir das dann immer auf die Liste und gucke, ob ich dazu etwas Sinnvolles sagen kann. Und ansonsten, wie immer, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Vertrauen. Und wenn du weißt, vielleicht verfolgst du mich auch schon länger, wenn du ganz neu bist, herzlich willkommen. Abonniere den Kanal gerne, wenn du mich schon länger verfolgst und überlegst, ich will eigentlich ins Handeln kommen. Ich will mich entwickeln. Ich habe wiederkehrende Themen in meinem Leben. Zum Beispiel, ich bin nicht in der Lage, im Konflikt zu gehen. Ich sage viel zu oft ja, obwohl ich nein meine, ich kann keine Grenzen setzen, ich werde zu oft wütend und kann das nicht kontrollieren. Ich habe zu viele Ängste und kann das nicht kontrollieren. Alles, was wiederkehrt und du willst dich wirklich entwickeln, schau unten in der Box, da ist ein Link zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir. Du schreibst also da rein, was ist deine Situation, was ist dein Ziel? Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann da wirklich helfen, bekommst du von mir ein kostenloses Erstgespräch, wo wir uns anschauen, wovon willst du eigentlich weg, was sind denn die Probleme? Wo willst du hin? Und dann werde ich dir sagen, welche Schritte du wirklich Stück für Stück durchlaufen musst, um da hinzukommen. Dann kannst du entscheiden, macht das Sinn für dich? Fühlt sich das gut an? Wollen wir das gemeinsam machen? Ja oder nein? Also wenn dich das interessiert, schau unten in der Box und ansonsten wie immer, ich freue mich auf das nächste Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao.